Ja, Illyong, man kann eigentlich schon sagen, uns beide verbindet ja schon so ein bisschen eine Freundschaft, oder? Wir sind Kumpels und ich habe mir den Illyong mal ausgeliehen und wir haben ein bisschen was gedreht. Hier sind für euch Dinge, die Männer niemals sagen würden. Muss mal pipi. Kommst du mit? Klar. Stau! Endlich Zeit sich mal wieder ausgiebig zu urteilen. Wie geht's dir eigentlich? Erster! Ja? Nee, klar habe ich Zeit für eine kurze Umfrage. Ja klar, Moment, ich fahr kurz rechts ran. Das ist sicherer. Sehr zufrieden. Ey, haben wir morgen viel mehr Zeit, um den Müll runterzubringen. Korrekt. Sehr zufrieden. Von allen Superhelden. Wer ist dein Lieben? Nickelmäßig zufrieden. Irgendwie fehlt mir Gottschalk live. Ja, hier. Ey, farblich sind dein Rock und deine Strumpfhose perfekt aufeinander abgestimmt. Respekt! Das ist mein erster Kuss zu der Boom. Ich auch. Ja, tatsächlich? Oh, danke schön. Erstmal Klammernblues getanzt habe ich zu A Bangles Eternal Flame. Ah, close your eyes, give me your head. Jetzt ein Veggie-Burger! P.S. Ich liebe dich, Der Teufel trägt Prada und Die wilden Kerlen 2. Und das waren eigentlich die einzigen Filme, über die mich geweiht habt. Und Der Pferdeflüsterer. Der Pferdeflüsterer. Oh, das ist super filmig. Luke, Fernsehgarten fängt an! Jo! Ne tolle Unterhaltungssendung. So, tell me what you want, what you really really want. I tell you what I want, what I really really want! I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna really, really wanna zicke zicke, ah! Seele, weißt du was? Ich scheiß auf Bundesliga, ey, lass uns zu Ikea fangen! Juhu! 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 If you wanna be my lover, you gotta go with my friends! Make it last forever! Cause friendship never ends! Ohque!